Trader Workstation Kurz und knapp Erklärt In diesem kleinen Video möchte ich euch zeigen, wie man einen Wert in der TWS findet, von dem man jetzt das Symbol nicht kennt. Fangen wir mal an mit einer Aktie, dass wir beispielsweise sagen, wir suchen die Aktie von Volkswagen. Wenn man jetzt das Symbol nicht kennt, dann ist der einfachste Weg, dass man hier in der TWS einfach den Namen der jeweiligen Aktie eintippt, zum Beispiel jetzt hier Volkswagen. Dann drückt man auf die Enter-Taste und schon erscheint ein kleines Auswahlfenster. Und jetzt sehen wir hier, dass verschiedene Dinge angekreuzt sind, also Bonds, strukturierte Produkte, Futures, Optionen und Aktien. Wir suchen ja die Aktie, also klicken wir uns mal die Bonds weg, wir drücken uns die strukturierten Produkte weg, wir drücken uns die Futures weg und auch die Optionen. Und da sehen wir, am Ende bleiben ein paar übrig und jetzt können wir durchschauen und sehen von hier oben, Volkswagen AG sponsert ADR. Wir wissen, sponsert ADR, das sind keine an deutschen Börsen gehandelten Produkte, das heißt die beiden fallen schon mal weg. Jetzt haben wir noch die hier unten und da sehen wir jetzt VOW und VOW3, Volkswagen AG IBIS und Volkswagen AG BREV. Das heißt BREV steht für Preference, das ist Englisch und bedeutet Vorzüge. Und da es hier auch Optionen darauf gibt, wissen wir schon mal, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit bei diesen beiden Symbolen um die Aktien handelt, die im DAX beinhaltet sind. Also hier die Vorzüge und hier, das sind dann die Stammaktien. Wenn wir das jetzt genau wissen wollen, wir merken uns einfach mal VOW und VOW3, dann geben wir einfach die beiden Symbole ein. Also einmal VOW, Aktie und jetzt hat er uns das hier oben hingenommen und ich mache nochmal VOW3. Und hat uns das hingenommen und da sehen wir jetzt hier, ich habe für die Volkswagen keine Kurse, also für die Stämme. Das liegt daran, dass ich es nicht abonniert habe. Das werden wir mal im nächsten Video klären, wie man Kurse abonniert. Ich sage jetzt hier einfach mal verzögert. Und wenn man jetzt wissen möchte, okay, welche sind die richtigen, gibt es zwei Wege. Nummer eins, man schaut einfach mal auf so einer Webseite wie zum Beispiel Finanzen.net, was ist denn der richtige Preis? Und da werden wir sehen, okay, VOW3, das sind also hier die Vorzüge, die auch im DAX enthalten sind. Oder aber man klickt einfach mit der rechten Maustaste in diese oder auf das Symbol, öffnet dieses kleine Fenster und dann findet man hier die sogenannte Kontraktinfo. Man schaut in die Beschreibung, öffnet sich ein Feld oder ein Fenster und dann kann man hier nachlesen, was das ist. Also und hier steht dann VOW3, Wertbeettstück, dann die ISIN-Kennnummer und mit der ISIN könnte man das dann also komplett überprüfen. Währung Euro, Börse Smart, das heißt es wird an alle Börsen geroutet, wo es gehandelt wird. Die primäre Börse ist IBIS, das ist der Handel auf Xetra in Frankfurt. Und damit wüssten wir, wenn wir jetzt das ganze Handeln wollen, okay, das ist die entsprechende Aktie, die wir suchen, also die Volkswagen-Aktie, die Vorzüge, die im DAX sind. Und so kann man das mit allen Werten machen, wenn wir also jetzt sagen, wir suchen beispielsweise ein Symbol für Gold oder für Erdöl, dann müssen wir das einfach immer nur die Bezeichnung im Englischen eingeben. Also jetzt nicht Erdöl hineinschreiben, sondern zum Beispiel Crude Oil auf die Taste drücken und jetzt sehen wir, okay, Crude Oil, das wären jetzt beispielsweise, wir suchen ja den Future, also klicken wir weg Aktie, wir klicken weg Index, wir klicken weg Optionen, weil wir haben jetzt hier noch Futures, Future Optionen, strukturierte Produkte wegklicken und da bleiben ein paar übrig. Und dann findet man sehr schnell hier Light, Sweet, Crude Oil, NIMAX, Symbol CL. Und so kann man das also wirklich mit allen Symbolen machen, das erfordert manchmal ein bisschen Übung am Anfang, aber hier gilt der alte Sprichwort, Übung macht den Meister und so lässt sich wirklich sehr, sehr leicht jedes Symbol finden. Falls ihr dennoch ein Symbol habt, was ihr an der TWS nicht finden könnt, dann schreibt uns das in die Kommentare hier im Video. Wir sehen uns wieder oder hören uns wieder im nächsten Video, bis dahin viel Erfolg.